Und jetzt erwarten wir das letzte Pferd vor einer 20-minütigen Pause. Die 136 ist bei Ihnen, Robin Hood, so der Name dieses 12-jährigen Oldenbohrer. Es ist ein Sohn des Rubin-Royals aus einer Tonne als Butter. Sarah verhübt mir ein Saro für den Blitz-Bohrheit und Vater ein. Sohn des Rubin Sohn des Rubin-Royals aus einer Tonne als Butter. Vielen Dank. 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 Bye. 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 Bye.